Lösungsorientierung und Gesundheitsförderung, Individualität und Leistungsoptimierung und Berufszufriedenheit und Selbstsicherheit auf der Bühne. Perspektiven ergeben sich eigentlich aus dem großen pädagogisch-physiologischen Werkzeugkasten zur Gesundheitsförderung bei sich selbst, bei den Studierenden, SchülerInnen, bis hin zur Leistungsoptimierung, zum Beispiel durch lösungsorientierte Ansätze im Bereich des Aufbaus Bühnenkompetenz. Unerwartet ist immer wieder, wie viele von den zunächst als medizinisch-therapeutisch bezeichneten Problemen durch pädagogisch-physiologische Mittel lösbar sind. Genannt wurde schon die Möglichkeit, Einzel- und Zweiergruppenunterricht zu haben. Zusätzlich wäre vielleicht noch besonders, dass unser Unterricht nicht in Wochenendblöcken nur unter den Weiterbildungsstudierenden geschieht, sondern im wöchentlichen Turnus angebunden an den Semesteralltag eines Vollstudiums. Das heißt, es bestehen viele Möglichkeiten, die Hauptfachstudierenden zu begleiten, zu beobachten. Ein großes Feld an Hospitationsmöglichkeiten, Teilnahme an Wahlfachveranstaltungen und vor allen Dingen auch Einblick in die Forschung, zum Beispiel hier in Zürich an das Handlabor und auch die Möglichkeit, an Forschungsprojekten teilzunehmen. Einige von unseren Absolventinnen haben durch ein MAS-Studium Musikphysiologie die Brücke geschaffen zu einem Doktoratsstudium. Musik 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 Musik